Hallo liebe Studierende, ein ganz kurzes Rückblickvideo auf den Stoff der letzten Sitzung, in der wir uns mit dem Thema Medienlinguistik 2 mit digitalen und vor allem sozialen Medien beschäftigt hatten. Wir hatten zunächst Textmerkmale von Online-Medien in den Blick genommen, darunter sind zu verstehen zum Beispiel Spiegel Online oder Zeit Online und so weiter. Und Texte in diesen Medien sind typischerweise multimodal, sie sind nonlinear, sind hypertextuell vernetzt und so weiter und so fort und unterscheiden sich deshalb von klassischen massenmedialen Texten, etwa in gedruckten Zeitungen. Wir hatten uns dann das Web 2.0 angeschaut, charakterisierbar als das Mitmach-Web, wo es bestimmte Applikationen gibt, die eben die Vernetzung und die soziale Beziehungspflege ermöglichen innerhalb sozialer Netzwerke. Und wir hatten gesehen, dass es dort eine ganz typische konzeptionelle Mündlichkeit gibt, die durch die Kommunikationsbedingungen mitgeprägt ist. Es ist eine konzeptionelle Mündlichkeit, da es ja sehr wohl eine mediale Schriftlichkeit ist, das Medium einfach, ob es getippt, geschrieben oder eben gesprochen ist, da gibt es kein Vertun. Das ist eben entweder das eine oder das andere, aber von der Konzeption her, von der Planung her und wie das Ganze sprachlich gestaltet ist, gibt es ein Kontinuum zwischen konzeptioneller Schriftlichkeit und konzeptioneller Mündlichkeit und das kann sich auch quer verhalten zur medialen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Und das, was wir sagen, wenn man schreibt, wie man spricht, das tun wir ja gerade in Social Media, in Chats, in Facebook-Kommentaren, auf Twitter und so weiter, dann lässt sich das beschreiben als konzeptionelle Mündlichkeit. Wir hatten dann den Begriff der Affordanz kennengelernt, übersetzbar als Ermöglichung, Angebotscharakter und so weiter, Nutzbarkeitshinweis. Und wir hatten gesehen, dass allein schon die technischen Grundlagen und technischen Umgebungen von Social Media natürlich bestimmte Affordanzen und auch Constraints, also Beschränkungen mit sich bringen. Wir können auf Twitter einiges tun, eben zum Beispiel retweeten, liken und so weiter. Wir sind aber immer auch beschränkt auf maximal 280 Zeichen. Wir können bei Facebook den Daumen hoch machen und noch andere Emojis setzen, weil wir können nicht disliken, wie wir es bei YouTube können und so weiter. Und so hat jedes Medium seine eigenen Affordanzen, aber auch seine eigenen Constraints. Genau, und noch das ist wichtig, Affordanz heißt eben wirklich nur Ermöglichung. Es ermöglicht uns Dinge, aber zwingt uns nicht dazu, bestimmte Dinge zu tun. Es ist also verstanden als ein Konzept, was sich ablösen möchte von einem deterministischen Konzept von technischer Prägung, dass also die Technik uns zwingt, uns determiniert in unserem Verhalten. Wir hatten noch ein anderes Begriffspaar kennengelernt, Text versus interaktionsorientiertes Schreiben, was sich durchaus in Verbindung bringen lässt zum Konzept der konstruktionellen Mündlichkeit. Und das kann man sehr schön sehen in der Wikipedia, wo es ja zusätzlich zu den Artikeln auch noch die Wikipedia-Diskussionen gibt, wo das Schreiben andere Ziele verfolgt, eher für den Moment ist, nicht fürs mehrfache und nachträgliche Lesen. Und dementsprechend wird auch anders geschrieben, näher an der Mündlichkeit insbesondere. Und wir hatten uns dann im letzten Teil der Sitzung mit Emojis beschäftigt. Ich hatte Ihnen die neue Theorie von Beiswenger-Pappert vorgestellt, in denen Emojis beschrieben werden, einerseits als lesbar machende Kontextualisierungshinweise, zum Beispiel Ironiemarker, andererseits aber auch als sichtbar machende Illustrationen, wenn zum Beispiel gesagt wird, ich gehe heute Abend Bier trinken und dann kann man ein Bier-Emoji einblenden. Hingegen, wenn man sagt, ich gehe heute Abend Bier trinken und dann dieses Emoji, dann wäre das eher so ein Kontextualisierungshinweis im Sinne von bis zur Trunkenheit oder irgendwas in der Art. Das wäre es auch schon zum Stoff der letzten Sitzung. Fragen sind keine Nennenswerten eingegangen. Ich danke Ihnen. Tschüss.